Klein, kompakt, zuverlässig und der optimale Reisedrucker. Das waren meine Hoffnungen und Erwartungen, als ich 2019, genauer gesagt im Oktober 2019, diesen kleinen Knips, den Plusa Mini, vorbestellt habe. Und ob der meine Erwartungen und Hoffnungen erfüllt hat oder was ich nicht so gut an dem Drucker finde, das erfahrt ihr in diesem Video und damit herzlich willkommen. Ich bin die Maggie von Mekorama.de und wir machen mal gleich den Anfang mit einem kleinen Problem, was ich am Drucker hatte, schon seit ich den Drucker ausgeliefert bekommen habe, nämlich hier am Hotend. Da gab es am Anfang bei den ersten Produktchargen ein Problem, nämlich dass hier die Heatbreak, die am Hotend verbaut ist. Mittlerweile macht man das beim MK4 mit solchen Thumbscrews. Da sind noch Madenschrauben verbaut, drei Stück an der Zahl. Und die haben anscheinend bei der Produktion am Anfang die Heatbreak ein bisschen, naja, nicht weit genug reingeschoben, weshalb dann hier oben so eine Lücke drin war. Und diese Lücke hat dann dafür gesorgt, dass sich das Material da drin verkantet und das war natürlich unschön. War natürlich auch schnell gelöst und der Frustfaktor war dann auch relativ schnell behoben und seitdem druckt das Gerät eigentlich fast durchgehend, wenn ich denn überhaupt zu Hause bin oder das Ding halt mit dabei habe und sage, okay, ich habe jetzt Bock, was zu drucken. Es gibt eine Sache, die mich auch noch am Mini gestört hat, und zwar der Filamentsensor. Den hatte ich damals als Upgrade bestellt und hier dran montiert und der hat erstmal hier dran gehangen. Das konnte ich dann später mit dem einzigen Upgrade, was ich wirklich am Drucker durchgeführt habe, beheben und zwar das Bontech IFS Extruder Kit. Das hört sich jetzt ein bisschen hochtrabend an, ist aber im Prinzip die Abkürzung für Inner-Filamentsensor. Also der Filamentsensor befindet sich dann im Extrudergehäuse und das ist was, wo ich sage, okay, das sollte eigentlich Standard bei dem Gerät sein. Das finde ich echt nice und das macht das ganze Gerät nochmal kompakter und cleaner und schöner und besser zu transportieren und besser zu nutzen vor allen Dingen. Gerade mit den neuen Features, die die Firmware dann mit sich gebracht hat. Und wenn wir schon gerade bei der Firmware sind, reden wir doch mal ganz kurz, was denn da alles dazugekommen ist. Also am Anfang war das Webinterface, was hier auf dem Board, auf dem Bodyboard installiert war, naja, eigentlich nur dazu da, um Telemetriedaten anzuzeigen. Also Düsentemperatur, Heizbettemperatur etc. etc. Man konnte da keine Dateien hochladen, man konnte da keine Druckaufträge starten oder sowas in der Richtung, sondern es war nur zur Anzeige da. Prusa hat dann versprochen, nachzulegen und das dann nochmal auszubauen und was da daraus geworden ist, kennen wir heutzutage alle als Prusa-Link. Und ich muss sagen, ja, das ist was, was man durchaus nutzen kann. Klar, andere Systeme wie zum Beispiel mal Prusa-Connect oder aber auch Octo-Print oder Obico bieten durchaus mehr Funktionen. Aber dazu können wir später nochmal. Bevor wir aber weitermachen, möchte ich mich heute gerne bei unserem Sponsor PCBWay bedanken. Auf PCBWay.com könnt ihr nicht nur kostengünstig Halbleitseit-Plattinen herstellen lassen. Inzwischen könnt ihr dort aber auch weitere Services wie C&C-Fräsen, Blechbearbeitung oder aber auch 3D-Druck in Anspruch nehmen. In Zusammenarbeit mit PCBWay habe ich mir einen Toolhead für meinen nächsten Voron Zero aus Nylon herstellen lassen. Die Teile sind zum einen eingefärbt, das heißt also, der Tool ist bei mir zweifarbig. Und zum anderen haben diese Teile natürlich perfekt gepasst. Wer also für eines seiner Projekte unbedingt so einen Service braucht, den kann ich PCBWay einfach nur ans Herz legen. Und damit machen wir weiter im Video. Ein Feature, was durch die Software-Updates hinzugekommen ist, ist nämlich hier beim Filamentsensor. Wenn man jetzt hier Material reinsteckt in den Filamentsensor, erkennt er das und er zieht so ein bisschen Material schon mal ein und fragt einen dann hier auf dem Display, hey, was ist denn das für ein Material, was du hier laden möchtest? Und dann sagt man einfach PLA, PTG, ABS oder was auch immer. Und ja, kleiner Teaser, ich kann auf dem Ding auch ABS drucken, dazu kommen wir aber später nochmal. Natürlich sind auch noch andere Features hinzugekommen, wie zum Beispiel mal Bad Level Correction. Also falls das Mesh-Bad-Leveling nicht ausreicht und man sagt, okay, man möchte nur ein bisschen feintunen, kann man das natürlich nochmal manuell machen über das Feature. Und wir haben nochmal einen Stealth-Mode dabei bekommen und noch ein paar andere kleinere Features. Das kann man sich alles schön im GitHub-Repository nachlesen, was denn da alles dazugekommen ist, da die Firmware für den XL, für den Mini und für den MK4 relativ gleich ist, kann man das recht gut nachvollziehen und kann das in einem GitHub-Repository, wo der ganze Code in der Versionskontrolle liegt, nochmal nachlesen und kann sich dort dann entsprechend ein Bild davon machen, wie weit denn die Firmware mitentwickelt worden ist. Eine Sache, wie gesagt, ist das Brucer-Link, was mittlerweile auch Dateien managen kann und Druckaufträge managen kann. Das ist schon ganz komfortabel. Da würde ich mir allerdings wünschen, dass man schon mal, wenn man eine Datei hochlädt, über jetzt hier das Netzwerk entsprechend und sagt, das möchte ich gerne drucken, dass es da vielleicht ähnlich funktioniert, wie bei Brucer Connect, dass der Drucker schon mal anfängt, sich vorzuheizen und ein bisschen aufzuwerben, dass er gleich entsprechend in den Druck gehen kann. Das kann das momentan noch nicht. Kann aber sein, dass das bald kommt. Eine andere Sache, muss ich aber auch sagen, wie gemerkt, das Gerät ist jetzt vier Jahre alt, ist zum Beispiel mal, dass man noch keinen Webcam-Support hat. Ich meine, das war damals noch nicht wirklich so Standard bei den Druckern heute jetzt gerade erst schon, dass Drucker wie die BamboLab-Drucker, die Creality-Drucker etc. etc. alle eine Webcam mit dabei haben oder zumindest mal einen USB-Anschluss, wo das drüber läuft. Damals war das noch nicht so weit. Deswegen drücke ich da mal noch ein Auge zu, aber ich würde mir wünschen, wenn man über die Firmware halt, dass diesen USB-Port hier an der Seite nicht nur für den USB-Stick nutzt, wo dann die Daten drauf gespeichert werden, sondern auch für eine Webcam. Den USB-Stick habe ich am Anfang so ein bisschen belächelt und habe gesagt, ja, weiß ich nicht ganz. Wenn ich da jetzt bloßer Link habe und da Daten drauf spielen kann, fühle ich das nicht ganz so. Ich würde mir wünschen, dass der Speicher irgendwie intern wäre, aber mittlerweile mag ich das ganz doll, weil ich kann natürlich sagen, wenn jetzt die Dateien immer größer werden, immer komplexer werden, immer hochauflösender werden, dass ich dann sagen kann, okay, ich habe nicht mehr genug Platz drauf. Oder vielleicht, wie ich jetzt zum Beispiel mag, dass ich halt, naja, mir wirklich ein Dateisystem auf dem Stick aufbaue, was dann irgendwann, naja, zugebolzt ist mit Daten, weil ich halt das eine oder andere Teil gerne nochmal drucken möchte und dann nicht irgendwie das Ganze nochmal sliceen möchte, sondern einfach, weil ich weiß, okay, das hat schon mal funktioniert und ich möchte es einfach nochmal drucken mit dem gleichen Material, dann kann ich da einfach die Datei raussuchen und fertig. Und dafür brauche ich natürlich Platz. Und wenn da jetzt die 16 GB nicht mehr ausreichen, die mir auf dem USB-Stick waren, der da mitgeliefert worden ist, oder der Speicher einfach kaputt geht, kann ich einfach USB-Stick raus, neuen USB-Stick rein, funktioniert wunderbar. Das heißt, ich kann upgraden, dass der Stick schneller ist, ich kann upgraden, dass der Stick größer ist, whatever, das funktioniert ganz gut und genau deswegen mag ich das mittlerweile auch beim MK4 und beim MK3.9, weil ich einfach gemerkt habe, dass es einfach variabler ist als so ein fest eingebauter Speicher. Wer den Kanal jetzt verfolgt hat, der weiß, dass ich in diesem Drucker nicht mehr das originale Board drin habe. Ich habe zwischenzeitlich dieses geklonte Board von Fisect mir für ein paar Euro auf AliExpress bestellt. Ich glaube, das waren irgendwas um die 30 Euro, die ich dafür bezahlt habe. Ganz einfach, weil ich damals einen Fehler gemacht habe. Den Board können wir gleich nochmal. Ich habe nämlich hier mit einer Messingbürste, während der Drucker eingeschaltet war, am Heizblock rumgemacht. Und das ist ein Problem, denn da gucken natürlich von der Heizkartusche und vom Thermistor zwei Kabel raus und wenn man die mit der Messingbürste kurz schließt, dann geht das direkt aufs Board über. Mittlerweile hat man das bei anderen Druckern, beim MK4 zum Beispiel, so gelöst, dass die quasi nach oben rausgehen, die Kabel. Aber bei dem war das damals noch nicht so. Deshalb habe ich mir damals, weil das Originalboard halt entsprechend teuer war, ein geklontes Board gekauft. Und dieses geklonte Board hat eigentlich ganz gut funktioniert, bis zu einer gewissen Firmware-Version. Das hat es deswegen nicht aufgehört zu arbeiten. Das hat weiter funktioniert. Ich konnte nur diese Firmware-Version nicht mehr aufspielen und alles, was danach kam, auch nicht mehr, nämlich ab der Version 4.4.0. Mit der Version 4.4.0 war es nämlich nötig, dass man quasi auch den Bootloader am Gerät updatet und das musste in einer gewissen Reihenfolge passieren. Das habe ich auf diesem Board hier versucht, aber der Bootloader hat und hat sich nicht updaten lassen. Das bedeutet also mit den geklonten Boards, das soll auch ein kleiner Disclaimer sein, wenn ihr sowas habt, seid euch bewusst, dass diese Hardware natürlich nicht so reagiert und nicht so gehandelt wird, wie die Original-Hardware von Prusher und dass es da durchaus zu Problemen kommen kann. Das heißt also, wenn ihr euch wundert, dass das nicht updatebar ist, dann kann das vielleicht genau da dran liegen, dass ihr dort ein geklontes Board drin habt. Also habe ich hier nochmal ein Original-Board von Prusher eingebaut und siehe da, es hat instant funktioniert. Das heißt, dieser ganze Update-Zyklus auf die 4.4.0, auf die 4.4.1 und dann entsprechend jetzt aktuell auf die 6.0.3 hat wunderbar funktioniert. Das heißt, ich habe die aktuellsten Features jetzt drauf, damit ich für euch hier das Video machen kann und euch auch zeigen kann und erzählen kann, ob das Ganze dann funktioniert, ob es sich lohnt und vor allen Dingen entsprechend auch, wie es sich dann druckt. Und wie es sich druckt, kann ich euch dann von diesem Teil hier zeigen. Das ist schon mal so ein kleiner Teaser auch für euch, das ist ein ABS gedruckt, ja, auch diese Teile hier sind ein ABS gedruckt, alle auf dem Mini und ich muss ganz ehrlich sagen, dafür, dass der Drucker vier Jahre alt ist, sehen die Drucke richtig gut aus, ja. Also die können durchaus mit den Drucken von aktuellen Druckern mithalten. Klar, der Mini ist jetzt nicht unbedingt so schnell, ist aber auch bei Weitem nicht so laut und macht nicht so viel Krach wie zum Beispiel mal in K1C oder in X1C. Das müsste mittlerweile klar sein, dass die Pusher-Drucker, auch wenn sie vielleicht ein bisschen langsamer sind, dafür deutlich wartungsärmer sind und auch entsprechend deutlich leiser sind. Und das ist, finde ich, ein guter Punkt bei dem Drucker, denn selbst wenn ich hier im Büro sitze und was am Drucken bin wie das hier, dann macht der nicht so viel Krach. Klar, wenn ich jetzt Videos drehe aus in Richtung und ich keine Nebengeräusche brauchen kann, dann ist das natürlich, naja, ein bisschen kontraproduktiv, aber ich sage mal so, das Ding in der Wohnung stehen zu haben, macht absolut nichts aus, denn es ist richtig schön leise das Teil. Wer jetzt mal die Konkurrenz verfolgt hat, die zum Mini jetzt mit der Zeit so nach und nach aufgepoppt ist, der wird auch rausgefunden haben, dass zum Beispiel der ein oder andere Hersteller explizit sagt, dass man das Teil zum Beispiel mal nicht in einen Enclosure packen soll, weil die Hardware dafür einfach nicht ausgelegt ist. Zum einen vielleicht, weil das Netzteil fest verbaut ist im Drucker oder aber auch, dass die Hardware auf dem Mainboard, also auf der MCU, nicht wirklich dafür ausgelegt ist und es deswegen dazu kommen kann, dass Schritte übersprungen werden. Beim Prusa Mini ist das Ganze ein bisschen anders, denn Prusa bietet von sich aus ein Enclosure. Das ist das Prusa Mini Enclosure, schauen wir uns wie gesagt nochmal später in einem separaten Video an, aber ich kann euch aus Erfahrung sagen, ich habe den Mini auch damals, als ich ihn bekommen habe, direkt im ersten Lockdown einfach den Versandkarton über das Ding drüber gestülpt und habe die ersten Teile in ABS gedruckt für den Voron 2.2 damals noch und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ihn auch in einem Ultra Enclosure stehen gehabt, eine Zeit lang und habe dann mit ABS gedruckt wie sonst nichts. Das war also wirklich so ein kleines ABS-Biest in der Hinsicht und wie ihr sehen könnt, das ist das Novo Fill ABS-X in Kupfer, funktioniert wunderbar. Habe ich keine Probleme mit und muss ich sagen, bin ich ziemlich glücklich drüber. Was ich auch gut finde an dem Drucker ist einfach die Wartbarkeit. Also jetzt nicht im Sinne von hey, ich muss jetzt irgendwo hier die Linearstange nochmal schmieren oder so, das geht auch wunderbar. Ich habe extra für das Mini Enclosure nochmal alle Teile, die im PTG gedruckt waren durch ABS ersetzt. Nicht, weil ich es muss. Ja, also der kann auch mit PETG-Teilen im Enclosure stehen. Hier vorne gibt es so ein kleines Teil, was man nochmal auf Empfehlung von Prusher zur Stabilität nochmal entsprechend neu drucken sollte. Aber das alles andere kann im Prinzip PETG bleiben. Ich habe mir nur gedacht, komm, du hast dieses knallige Orange hier noch in ABS da, deswegen druck doch mal alle Teile neu. Dann hat der auch nochmal ein bisschen, naja, nach vier Jahren nochmal schön eine neue Optik und dann sieht das Ganze nochmal schön frisch und neu aus. Und ich muss ganz sagen, das hat ihn ganz gut getan. Aber mit Wartbarkeit meine ich, dass ich hier oben einfach diesen Verschluss hier aufdrehen kann und dann habe ich Zugriff quasi auf das Hotend. Das heißt also, ich muss nicht auf das Baudensystem zurückgreifen, um jetzt zum Beispiel ein Reinigungsfilament reinzupacken oder von oben mit einer Nadel durch die Düse durchzugehen, sondern ich kann hier direkt oben an der Heatbreak ansetzen und direkt reingehen. Und wenn die Düse wie jetzt letztens bei mir verstopft ist, kann ich auch einfach nur die kleine Düse unten losdrehen und kann die reinpacken. Das ist eine ganz normale V6-Düse, heißt also, ich habe damit keinerlei Probleme und kann die auch recht schnell wechseln. Das heißt also, ich gehe einfach hin und greife hier mit einer Zange, ich halte es natürlich vor, mache den Drucker aus, greife hier vorne mit einer Zange ansprechend an den Heizblock und drehe hier unten mit meinem Tool ansprechend die Düse raus, drehe die neue rein und bin wieder fertig zum Drucken. Ich habe jetzt hier beim Druck von diesen Teilen ab und zu das Problem gehabt, dass er auf einmal aufgehört hat zu extrudieren und ich habe erst gedacht, okay, ist das vielleicht in dem Pusher Mini-Enclosure so ein bisschen zu viel für den, dass er irgendwie Schritt überspringt, springt hier beim Extruder. Aber der gute alte Cold Pull hat natürlich geholfen und hat den ganzen Dreck mal aus der Heatbreak und aus der Nossel vorne rausgezogen und dann nochmal ein bisschen Reinigungsfilament rein und wie ihr sehen könnt, die Drucke kommen asszack raus. Ihr kriegt natürlich nochmal ein bisschen B-Roll. Und seitdem druckt und druckt und druckt und druckt und druckt, ja. Ich habe hier nochmal Teile in ABS, die ich damit gedruckt habe. Ich habe hier die Teile in ABS, die ich damit gedruckt habe. Das Weiße habe ich nicht auf dem Drucker gedruckt, weil ich halt hauptsächlich erstmal ABS gedruckt habe. Bei denen hier muss ich erst noch den Support abmachen. Da bin ich gerade dran für die Unoriginal Drybox. Ich habe diese Teile hier nochmal gedruckt. Ich habe hier nochmal Upgrades für den K1C gedruckt und ich habe natürlich auch die Akzentteile vom Voron 2.2 damals schon im Lockdown gedruckt. Und das hat alles wunderbar funktioniert. Über die Jahre hinweg auch Teile für den Voron 0, die ich auf dem Mini gedruckt habe. Oder aber auch für den nächsten Voron habe ich zum Teil Teile gedruckt. Also ich habe Projekte ohne Ende auf diesem Drucker schon gedruckt. Die haben ohne Probleme funktioniert. Und dann hat der Mini noch einen richtig, richtig geilen Vorteil. Nämlich, ich packe den einfach so, schmeiße den ins Auto. Ja, jetzt nicht wirklich direkt schmeißen, aber ich packe den ins Auto, packe den in eine Kiste oder so in Richtung, lege noch ein bisschen Filament auf die Druckplatte drauf, damit es halt alles schön kompakt ist. Stelle noch ein bisschen nebendran ein paar Sachen, die ich noch mitnehmen möchte in die Kiste. Und dann fahre ich einfach, was weiß ich, von hier in der Schweiz nach Frankfurt. Schon oft genug passiert, wo ich einmal im Monat nach Frankfurt gefahren bin, um da nochmal im Lager nach dem Rechten zu gucken. Dann hatte ich den hier dabei und ich habe den einfach ausgepackt, hingestellt, nicht justiert, nicht nochmal gelevelt, sondern einfach gedruckt. Und seitdem druckt der eigentlich, finde ich, ziemlich tadellos. Und liefert einfach ab. Das heißt also, für mich ist dieser Drucker der optimale Reisedrucker. Er ist klein, kompakt, man kann ihn zur Not auch nochmal hinter den Fahrersitz packen, wenn man sonst nirgendwo Platz hat. Und man braucht jetzt nicht großartig drauf aufzupassen, dass man ihn irgendwie wohlbehütet irgendwie von A nach B packt. Das Ding ist echt ein Tank. Ja, es ist echt ein Panzer und finde ich schon fast unkaputtbar und eine absolute Empfehlung wert. Der Grund dafür, dass das Teil so stabil ist, ist einfach, wir haben hier erst mal ein fettes 30-30er-Profil und hier unten nochmal 30-30er-Profile verbaut und die sind miteinander über eine richtig dicke Metallplatte verbunden. Das ist natürlich schon, ich sag mal, zuträglich für die Stabilität von dem Drucker und das, muss ich sagen, merkt man einfach merklich, denn ich habe den, glaube ich, seither zwei- oder dreimal gelevelt. Mehr nicht. Ja? Der ist also schon stabil. Klar, ich würde mir wünschen, dass das Teil nochmal eine Wegezelle bekommt und so ein paar andere kleinere Upgrades wie beim MK4-Trüben, zum Beispiel vielleicht noch ein Touch-Display oder sowas in der Richtung, aber das ist alles kein Muss, der ist schon richtig gut. Ja? Muss man einfach sagen. Ich habe auch versucht, wenn ihr den Kanal verfolgt habt, wisst ihr das, mit der Palette da drauf schon zu arbeiten. Palette, wisst ihr, ist so das Pendant zur MMU. Damals habe ich mir 2018 die MMU2S gekauft, mittlerweile ist die MMU3-Trüben im Einsatz, das Upgrade zur MMU2S. Die AMS habe ich auch im Einsatz und parallel dazu habe ich noch die Palette damals gekauft und habe die hier drauf versucht zum Laufen zu bringen, beziehungsweise nicht versucht, ich habe es wirklich in der Tat geschafft, die hier drauf zum Laufen zu bringen. Ich habe nur den Mehrwert nicht gesehen, weil das ist ein 180er Druckbett, 180 mal 180. Das heißt also, wenn ich da nochmal einen Purge-Dauer drauf packe, dann sind die Druckobjekte, die ich auf dieser kleinen Druckfläche drucken kann, relativ klein. Das hat für mich damals keinen Sinn gemacht, macht es auch heute nicht und die Palette hat natürlich auch noch einen Nachteil, dass man da kein PLA und PETG miteinander verdrucken kann. Das heißt also, ich hätte höchstens können PLA und PVR verdrucken können und das ist halt so ein kleiner, naja, Nachteil, wenn man das so sehen möchte. Also wenn ihr unbedingt Multicolor drucken möchtet, würde ich euch empfehlen, nehmt euch lieber ein MK4, da habt ihr erstens eine größere Druckfläche, ich weiß, der ist auch ein gutes Stück teurer, aber wenn ihr einen Drucker sucht, den ihr überall mit hinnehmen könnt, der wirklich jahrelang druckt und druckt und druckt, ist das Ding absolut empfehlenswert. Kann ich nicht anders sagen. Die Firma wird da weiterentwickelt, da gibt es immer wieder neue Updates. Ihr könnt das Ding an OctoBrint anschließen und das dann richtig schön per Remote bedienen mit richtig vielen Features, mit Plugins und allem drum und dran, was es gibt. Oder ihr könnt PrusaLink benutzen und könnt dann dort auch eine Web-Oberfläche drauf aufrufen. Es ist einfach ein schönes, kompaktes Gerät. Und der wandert jetzt wieder hinten ins Mini-Enclosure. Das Video dazu werde ich die Tage auch nochmal drehen. Wer das also nicht verpassen möchte, kann den Kanal gerne abonnieren. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wer den Kanal noch nicht abonniert hat, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Vielen lieben Dank auch an alle meine Unterstützer, die mich finanziell auf YouTube und auch auf Patreon entsprechend unterstützen. Den Link zu Patreon findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und natürlich auch vielen lieben Dank an PCBWay und Surfshark. Den Link zu beiden Plattformen findet ihr ebenfalls unten in der Videobeschreibung. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen. Hoddle the Line, Happy Printing und Ciao. Vielen Dank.